Ich würde mich über Dings freuen halt, über Squadron. Wir haben ja gesagt, also es ist Feature Complete. Ich glaube, die machen nur noch Politur hier und da. Könnte sein, dass wir das auch nächstes Jahr kriegen. Bedeßens. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Start ist das P1. Ja, dann versuch mal ganz schnell wegzukommen. Viel Erfolg. Ich glaube, das war es mit P1. Ja, dann versuch mal ganz schnell wegzukommen. Da, 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 da. Boah Habe ich ein bisschen am Gras geschnüffelt Ja der wackelt mir zu viel Ja Ist auch wieder so eine Legende Und der nächste Biergarten Finde ich gut Du bist auf T7 Platz 7 Okay der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden Sie fahren mit 9 Weichenreifen Okay der Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden Sie fahren mit 9 Weichenreifen Okay der Abstand zum Führenden beträgt 10,0 Sekunden Damit haben wir unsere Strategie durch Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen Jetzt sind es nur noch drei Runden Drei Runden Ja erinnere mich gleich nochmal auf Frames Ja rieseng mal an Drei Runden Drei Runden Kaffee Ja Und Drei Runden Drei Runden Warum das denn? Sie Zocker, was ist da los? Dankeschön Aber ich sehe du schläfst nicht Das meine ich Die Ausstand zum Auto vor uns beträgt 2,2 Sekunden Ja, ok Mach das CD, Gute Nacht Ich halte die Stellung Letzte Runde, letzte Runde, gib Gas Ok, alles klar Lief super, Frames Machs deine Sache gut Immer top motiviert Ich halte die Schmerzen Ich halte die Schmerzen Ich halte die Schmerzen Ich halte die Schmerzen Das ist Frames So Frames Wem wolltest du lieb haben? Der Enrico Frames Aber ich muss dich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen Ähm Dass du hier bitte politisch korrekt bleibst Ähm JungsInnen bitte Ich möchte nicht, dass du hier irgendwelche Leute vorm Bus werfen tust Mach das nicht Liebe PenisträgerInnen Ich mein Guck mal Ich will den Splash halt nicht diskriminieren So, weißt du Mal auch wenn ich ihn nicht mag Aber Sei da einfach mal Sei da einfach ein bisschen Bisschen toleranter, bitte Äh, der muss halt Äh, der muss halt Äh Habt ihr das mit Hessen mitbekommen? Ne Wurde da abgestimmt Also Wurde es da verboten? Tja Ich find's witzig Ich find's witzig Ich find's nicht, dass wir überhaupt ähm Zu so einem Punkt gekommen sind Dass wir uns über sowas ähm Streiten Diskutieren Dass sowas Thema ist Dass wir Probleme schaffen, wo es keine gibt Oder keine gab Ich amüsier mich Ja, bin ich bei dir Splash und äh Unsere wunderschöne deutsche Sprache ähm Leidet ja schon genug Ne Wenn man sich so die äh Jugend heutzutage anhört Ist ja schon Ist ja schon schlimm genug Ähm Ist der raus? Frames Der eine, den du nicht mögen tust Der hier Wird den aber noch Wird den noch drin lassen Weil der ist, der ist Der ist Top 1 gerade So weißt du? Lassen wir den nochmal drin Gucken wir mal Naja, lassen wir den nochmal eine Runde drin Wenn er wieder auffällt, sag mir mal Bescheid Nein, sagt er Nix da Lass den mal drin Weißt du, was ich cool fände? Wenn man hier so äh Als Host gelbe Karten verteilen könnte Sodass man die Leute schon mal so vorwarnen kann Das wär mal ein geiles Feature Und dann klickst du drauf Das ist eine gelbe Karte Und er sieht das dann sofort da rechts Ich bin für Frames, der ist äh Sympathisch Da kennst du Frames nicht Sieht sogar Spiel mal mit dem Rocket League Fortnite spielt Frames auch Boah, ich bin irgendwie nicht so reingekommen In die neue Fortnite Season Irgendwie gefällt mir die Map nicht Und diese komischen äh Dinger da Lass das, das ist eklig Ja, ist eklig Jaja, die alte war geiler War viel geiler, man Irgendwie fühl ich die Season nicht Aber ich glaub ich hab mir den Battle Pass gegönnt Weil Weil ein äh Sehr geschätzter äh Kollege Äh Unter anderem Dingens ähm NeatoSpeed Unbound Influencer Mich Mich drauf äh Hingewiesen hat Dass ich mir den Battle Pass Ein bisschen günstiger holen kann Und ähm Ich schätze ihn sehr Und hab mir den Battle Pass geholt Aber ich spiel's noch nie mal auf Er momentan Bock nicht Tch 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 Guck mal, siehst du? Da wurde der Enrico jetzt weggeklatscht. Oh, ich glaube, Frames hat es wieder erwischt. So, das war jetzt hier die Stelle, wo wir einfach Gas geben, ne? Und hier kommst du, glaube ich, auch durch. Ja, Vollgas, okay. Und da ist der Enrico von alleine gegangen. Der hat keinen Bock mehr auf uns. Okay. Nice. Ok. Ich habe schon wieder Shorties vor mir. Ich war das nicht der der mich vorhin geärgert hat. Ich komme nicht durch. Ich habe auch so meinen Spaß. Die Leute denken sich auch ich bin heiliger. Wenn die mich mal in Tekken sehen würden. Ja, das war mein Bett. Ich habe kurz weg geguckt. Ich bin heiliger. 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 brems aus der lieblingsstrecke ich wollte letztens vorgeist spielen ich habe es mir installiert gehabt aber das spiel startet nicht ich habe die steam version gehabt ich komme nicht mal ins menü so startet und vorm menü kickt er mich raus jetzt mal probieren über epic da malte auch irgendwas bitte account oder so war das glaube ich wenn man im nächsten rennen josh flash viel spaß mit need for speed anbauen bis gleich nürburgring echt junge sr dauert nein was irgendwas falsch versuchst du auf auf nord schleife sr hoch zu pushen flash bitte nicht okay wer ist denn dieser gut aussehende bursche das bin ich skill so abfahrt bayern münchen ist auch mit am start das kann gar nicht kann gar nichts schief gehen jetzt guten morgens skill was ist da los skill warum wach musst du kacken oder bist bist du gerade schon am kacken das kann auch sein bis eben ranked in cod rebirth island ich fühle die modi nicht also im multiplayer bereich warum haben die einfach zwölf gegen zwölf rausgenommen alter so ekelhaft muss krein aber bist du tot augenbrennen wegen müdigkeit splash nix da gönn dir ein energiegetränk und abfahrt wahllos kacke du bist kacke lass das das ist eklig was heißt bei die rhythmus fixen splash oh wild 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 auf mich hat die usk das nicht gesehen es regnet blut baby das war ein don sandwich leck mich am fuß das war regelwidrig lasst dich wieder um einen platz zurückfallen wenn ich zehnter werde ww dennis das war nicht mit absicht fokus ich brauche wieder frische luft merke ich hier stinkt es so langsam nach fisch ich habe gerade den penis trägerinnen clip gesehen da gibt es doch kein clip zu an beiden ich glaube einer deiner clips hat es geschafft in den cut ich weiß nicht mehr welcher ach du meinst den im bundestag ja 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 ok ja das kannst du keinem erzählen und ziemlich durchgeknallt ne ich glaube musste gerade auch daran denken da gab es doch was ich glaube ich habe mal eine werbung dazu gesehen gelde Das war Reudig Musste sein Hier riecht doch was nach Fisch Das bin ich, der gerade nach Fisch riecht Du bist jetzt in den Top Ten, right? Das geht also Skill wir hören uns mein lieber Schlafschön Ich hab mir den schon angesehen Das neue Video von dem Ist schon gut gemacht Das ist schon gut Das ist schon gut Das ist schon gut Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Die letzte Runde des Rennens. Die letzte Runde des Rennens. Es kann doch nicht sein, immer dasselbe hier du fährst und wirst gerammt. Es kann nicht sein, Mann. Das wird sich auch nie ändern, Rimes. Es ist auch sehr nett, von zwei Leuten getrollt zu werden, die einfach TLTV-Umnahmen haben. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Machen die schon das ganze Rennen über. Digger, ich dachte, das hast du dir ausgedacht, Don. Aber da stellt sich eine linke Politikerin hin und formuliert das wirklich so Penistrieger hin. Ja, das sage ich ja nicht einfach so, Gaga. Ja, auf jeden Fall Flexi, nice. Kannst hier mal an anderen Ergang gehen. Ja, das Streamer auf jeden Fall. Schaut bei ihm vorbei. Lasst Liebe da. Aber die hat das echt gedroppt dort. Ist doch der Bundestag gewesen da, wo die ihre komische Rede gehalten hat. Fand ich auf jeden Fall witzig. Ich muss aber zugeben, ich weiß nicht, ob sie das ernst gemeint hat. Das weiß ich nicht. Oder ob das von ihr auch halt so trollmäßig war. Ich weiß, Gaga. Aber wird ihm ja nichts bringen, da wir kein Quali haben. Naja, nicht übernehmen. Einfach im Rennen. Meinst du, die hat das ernst gemeint, Dennis? Ich habe auch nur den Ausschnitt gesehen. Also ich habe jetzt nicht komplett die Rede gesehen. Liebe Penisträger, einen. So, der gesellt sich zu seinem Freund. Dann sollte der noch gleich weg, ne? Dann müssen wir kurz wieder warten. Ja, müssen wir warten, Frames. Du kannst ja nicht wie früher einen nach dem anderen rauskicken. Das geht nicht mehr. Ja, ja, eben. Das meine ich ja, Gaga. Das kann sein. Also es war halt aus dem Kontext, ne? Ich habe halt nur diesen Ausschnitt gesehen. Aber dennoch, ich... Ich amüsiere mich ja auch darüber. Kontext kenne ich leider nicht. Jetzt muss der Bananentyp wieder warten. Frames. Ja, eine halbe Minute. Kickt den vorher raus. Das sind wahrscheinlich Freunde von dem einen hier. Flexi, Maxi gewesen, ne? Ja. 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 So, der ist jetzt auch raus. Let's go. In dem Sinne, liebe PenisträgerInnen. Lasst es sein. Hört auf zu trollen. Ihr könnt mich damit nicht provozieren. Ich bin mega gechillt. Ich schmeiße euch raus und gut ist. Macht das bei euch im Stream. Wenn euch das Spaß macht, macht das untereinander. Aber bitte nicht bei mir. Ich bin weiter. Ich bin drei... Ungefähr fünf Stunden gefahren. Ey, ich brauche was für meinen Hintern. Jaga, wie machst du das, Alter? Wenn du so lange fährst, tut dir dein Arsch nicht weh. Mhm. Da ist das besser. Mhm. Ja, es dauert bei mir noch. Bis wir mal umgezogen sind. Mhm. feelis One, You haven't done so. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist vorbei ich meine crossplay ist natürlich schön und gut ich bin ja auch dafür und so aber das hat halt auch noch mal so ein bisschen action mit reingebracht das ding braucht einfach ein gutes ranked system fertig dann wird es vielleicht ein bisschen besser so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hat er gut verteidigt, der Big Diesel Hat Don Erfahrungen mit Riot und dem ein oder anderen Banden? Ich spiele halt sehr gerne My Little Pony Auch im Bereich Ranked und da ist es nicht so toxisch Bin ich ehrlich Born to be Bon Das wäre eigentlich auch ein guter Name gewesen Für den Bot Boah, mein Arsch, Alter So ist die toxischste Community auf der Welt Ja, habe ich auch gehört Ich muss mir mal ein paar Videos dazu geben Ich habe bestimmt ein paar witzige Videos Das war's Ich habe noch ein paar Videos dazu geben brasilien würde ich eigentlich gerne fahren aber ich merke ich brauche mal wieder eine pause ich werde als die zahlen sind vorbei früher bin ich halt wirklich immer 16 stunden am stück formel 1 gefahren 16 stunden natürlich auch mit so fünf Minuten pausen und so 16 stunden das war meine längste f1 session der open lobby 16 stunden und das war das war zu der zeit wo ich sowieso fast jeden tag 10 11 stunden gestreamt habe wenn ich f1 gemacht habe sowieso halt und normale games so shooter mäßig da war ich auch immer bei 14 15 stunden ganz am anfang war das noch ich hatte einfach kein leben kann ich nicht mehr wie habe ich das damals gemacht alter wenn ich wenn ich jetzt fünf sechs stunden fahre mein händler tut mir weh hab dich durch formel 1 gefunden ja 2020 da auch von brasilien nehme ich mit las vegas mache ich pause und letzter gelbe schlage regelwidriges überholmanöver lasst dich wieder zurückfallen sonst werden wir bestraft ben und jerrys ich glaube ich gönne mir später auch ein eis ich werde sündigen brauche mal ein bisschen zucker guck mal guck mal warum fährt er so weit raus ich check's nicht alter der sieht mich doch was ist hier los es ist so Flash, ist so. Hast du immer noch Magenschmerzen, Gaga? Ich weiß nicht, ob der halt geghostet ist noch, ja. In seiner Verbindung, glaube ich. Wie hieß Fachbegriff dafür? Für Durchfall, Leute? Gonorrhoe? Diarrhoe? Wie hieß das? Ich finde das Wort Durchfall wirklich mega ekelhaft. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Ja, da gibt's noch so'n Begriff für, für Durchfall. Siearrhoe, ne? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, guten Morgen. Grüß dich. Hab heute wieder ganz schön über dich abgelästert, Kea. Beim Hotte. Der war heute Nacht auch mal kurz hier. Geht's ums Scheißen, sind alle da. Ja, das taucht auch so'n Kea dann auf. Aber passt der gerade zu dem, was wir hier sehen, ne? Grüne Schlage. Mach das, Kea, mach das. Was war denn für ne Uhr? Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ich dachte, das Rennen ist vorbei. Hier riecht doch was nach Fisch. Ich dachte, Rennen ist vorbei. Krypton, danke fürs Folgen. You're welcome. Es ist einfach vorbei. Es ist vorbei. Rihanna war plus. Nix. Geht mehr. Ja, ich brauche ein Päuschen. Dann fahre ich noch ein paar Rennen. Mann. Welcher war denn das jetzt, der so am Längen war? Ja. Warum nicht bei was? Bei TT Live. Doch, bin ich doch oder nicht? Bin ich das nicht? Weiß ich, das muckt momentan so'n bisschen. Das haut mich immer mal wieder raus, automatisch. Ich habe gestern drei geile Nachrichten bekommen. Bin ich gespannt. Horrorauskehr. Wir brauchen heute geile Nachrichten. Aber jetzt spiele ich wieder bei Real Madrid meinen Fußball. Ja. Frames. Wie schaut eigentlich seine Karriere aus? In FC. Weißt du, Frames beschwert sich über Open Lobbys. In F1. Gönnt sich aber die AFC. Super. Ja, das glaube ich dir nicht, Frames. Das glaube ich dir nicht. Die AFC von Renault in Frankreich, dass das Event um 18 Uhr beginnt. Okay. Hier riecht doch was nach Fisch. Und das ist der Frames. Cryptics. Pro Bohne. Herzlich willkommen. War das das Event, wo ihr euch mit Community treffen wolltet? Nein, ne? Das war woanders. Stimmt, guck mal, Frames. Jetzt können wir den Kehrer mal fragen. Was für ein Event das war. Im September oder sowas. Ja, so Trucker Event. Was haben wir noch hier? Die zweite von Renault, Deutschland, in der sie mir den Müdigkeitsassistent erklärt haben. Nice. Darfst auch hoffentlich schon darüber berichten. Und hast keinen Embargo dafür. Und die dritte von Volvo, dass ich Text und Bilder offiziell im Stream verwenden darf. Ja, perfekt. Super. Aber du machst das ja auch so schön, so entspannt, so gechillt. Finde ich gut. Dienstag geht es um den Renault T-Elektrik. Ich habe es leider, gestern Morgen habe ich leider den Essence Stream verpasst. Ich konnte nur ganz kurz reinschauen. Aber gestern war Rambazamba bei mir. Am 21. September geht es zur IAA Transport Station. Oder? Transportation. Transportation. Genau, das meinte ich. Ja, Frames sagt auch. Ich sage, das war IAA. Genau. September, 21. September. Alles klar, Gaga. Wie sie sprechen uns heute Nacht. Wenn es heißt, Rang-Mod-Set. Ich brauche eigentlich keine Zeit, aber ich wollte kurz Pause machen. So, irgendwie muss ich jetzt parken. Boah, ich bin in der Mitte, ey. So. Wem schauen wir zu? Dann gucken wir mal den Jerome zu, meinem Team-Mate. Mal sehen, was da reist. Nächstes Jahr ist Treffen auf der Nufarm. Da hat Renault Deutschland schon geschrieben, sie reservieren uns den Renault T zum Prügel fahren. Geil. Ja, den einen oder anderen würde ich auch gerne mal persönlich kennenlernen wollen. Vor allem auch dich natürlich, Kea. Aber gut. So, ich mache mal kurz Pause. Dann fahre ich noch ein paar Rennen. Und dann ist, äh, fertig. Heute Nacht, morgen Nacht, Kallen Racing, Rang-Mod-Set, Kakarot. Bis gleich. Hannover hört sich gut an. Schwerin, fuckingا Pelzer. Aber, what ist da? Ich mache sie. Ich mache 한번만. Wie geht es dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und das wetter wird heute schön muss ich auf jeden fall raus mit babydornen wetter genießen bisschen fußball spielen draußen so nehmen wir zwei strecken mit abu dhabi china mir ist langweilig mach ein backflip es kann ich nicht mehr also letzte woche wäre es noch gegangen aber ich kann nicht mehr kannst du nicht schlafen ach bist du um null aufgestanden erst ja gut verbringst den tag mit mir komm vorbei gehen wir raus fußball spielen machen wir gleich so ne ich setz babydorn hier hin und dann kannst du kannst du den bisschen unterhalten und ich arbeite nebenbei gestern war der schon um fünf uhr wach der feine herr zum nächsten mal oh Warum ist es hell in Abu Dhabi? Nein, da wird es dunkel während des Rennens. Boah, ich fühle mich schon ein bisschen K.O. Es ist doch hell, guck mal, scheint die Sonne hier. Oh Gott! Ein Kaffee bitte. Ein Kaffee bitte. P10 ist auf P10. Für diese Informationen fehlen uns derzeit Daten. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 4,5 Sekunden. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch fünf Runden bis zum Ende des Rennens. Seit wann hat Abu Dhabi so einen geilen Flow? Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Jetzt sind es noch vier Runden... ... ... ... ... ... ... ... Dankeschön. Wow. Gut, gut gemacht, schön überholt. Grüne Flagge. Ich glaube jetzt gleich krachen. Achtung, Achtung. Okay, letzte Runde, bringen wir es zu Ende. Ja, es reicht nicht. Ja, es reicht nicht. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Eine Strecke noch. Zwei habe ich nicht geschafft heute. 24. 24. Jo, okay, ja, wir sehen uns. Viel Spaß gleich, ne? Dankeschön. Gar keine PC-Spieler. Ja, sehe ich gerade. Sehr krass. peek. Ja, see? Ja, sehen Sie die Sitzung. Idet, ich bin der Wind. Ja, sehe ich gerade. Achtung. Ich bin der Wind. Das ist dein Wind. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Das ist dein Wind. Ich bin der Wind. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gucke schon mal, ob wir irgendeinen F1 Streamer glücklich machen können. Ich bin halt immer der Einzige, Alter. Jetzt 20 Minuten im Rennen. Ach du Scheiße. Splash. Ich denke mir, ich bin wild drauf, aber du bist ja wirklich kaputt. Du bist ja wirklich kaputt im Kopf. Mit der Lifeline, ne? Ei, ei, ei. Jo, viel Spaß. Bis heute Nacht. Alles klar, Splashy. Alter. Katastrophe. Das war kein guter Start, aber reg dich zu sehr auf. Wir können das alles noch retten. Du bist jetzt auf P13? P13. Tut uns leid, aber diese Info können wir dir gerade nicht geben. Die Distanz zum Führenden beträgt 10,7 Sekunden. Sei gut, du bist reif. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch fünf Runden bis zum Ende des Rennens. Die Distanz zum Führenden beträgt 10,7 Sekunden. Okay, alles klar. Alles klar. Du bist auf P9. Position 9. Weniger als eine Sekunde. Der Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neun weichen Reifen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,2 Sekunden. Sie fahren mit neun weichen Reifen. Der Abstand zum Führenden beträgt 10,0 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Jetzt sind es noch vier Runden. Wir können jetzt das DHS verwenden. Der ist verfügbar. Der ist verfügbar. Der ist verfügbar. Die Tr серьge sein können. Die Träte 음 female wie in den selectllen Barschilления. Überstattelig selbst. Wir fahren mit neun. Der ist von Barschil. Die Träte ist wichtig. Eraut Seines Siegner. Der ist die Träte. Der ist die Träte. Wir machen Schutz gegen diese Träte. Der aus dem Runde. Der ist ein bisschen緊icias. Der ist nah. Der hat ihre Träte ist wichtig. Der hat einen,BUF-Schwemher. Das wird immer sich objektiviter تstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nochmal gut vorgearbeitet Ja, nochmal gut vorgearbeitet Ja, nochmal gut vorgearbeitet Letzte Runde, letzte Runde, gib Gas Ja, nochmal gut vorgearbeitet Ja, nochmal gut vorgearbeitet Wow Ja, der hat mich auch weggekriegt Was ne Legende Yo, das war F1 Open Lobbys 6 Stunden knapp Und ich bin fix und fertig Hat Spaß gemacht So Guck mal eben So Untertitelung des ZDF für funk, 2017